Diejenigen, die im kalten Schweiß der Hinrichtung täglich nächtlich erbleichten, die höllenhaft Fiebernden, hätten heute ein Recht zu singen. Und wenn sie es täten, sie täten es in fürchterlich neuer Sprache, in der kein Wort dem Andern mehr ähnelt. Aber sie schweigen. Sie tragen den Knebel des Schicksals weiter in ihren Mündern zwischen den schmerzenden Kiefern, denn was sie zu sagen hätten, wäre uns stumm, ein schrilles Glucksen der Zerstörung. Darum hat uns, die wir es hören mißten, das Schicksal die Ohren verstopft. Wer starren sie an? Sie starren uns an. Die Augen, die ihren, die unsern, vermögen noch zu blicken und sich vorzulügen, daß sie die Menschengestalt sehen. Wer, wenn einer spricht? Es handelt sich um ein Gedicht von seltsam undurchschaubarer Logik. Diejenigen, die im kalten Schweiß der Hinrichtung täglich nächtlich erbleichten. Was genau daran ist wörtlich zu verstehen? Die Hinrichtung? Was ist dann der kalte Schweiß einer Hinrichtung, daß man in dem kalten Schweiß einer Hinrichtung erbleicht? Ist das dann das Sterben des Hingerichteten? Die höllenhaft fiebernden. Fiebern sie infolge der Hinrichtung höllenhaft. Offenbar kommt hier und in den Versen zuvor der Dichter an die Grenzen der sprachlichen Mittel, seiner Wut einen Ausdruck zu verleihen. So viel ist verständlich. Es geht um ein massenhaftes, gewaltsames Sterben, zu dem sich eine Macht das Recht herausnimmt. Das Gedicht schrieb Bruch im Jahre 1940 im amerikanischen Exil, geflohen vor den Nationalsozialisten, die wie niemand zuvor den Tod zu einem banalen Massenphänomen machten. Hätten heute ein Recht zu singen. Warum sollte das Recht zu singen früher nicht bestanden haben? Vielleicht, weil erst diese anonyme Masse einen solchen gewaltigen Chor ergibt. Und wenn sie es täten, sie täten es in fürchterlich neuer Sprache, in der kein Wort dem anderen mehr ähnelt. Genau diese Sprache ist es, die dem Dichter hier fehlt. Aber sie schweigen, sie tragen den Knebel des Schicksals weiter in ihren Mündern zwischen den schmerzenden Kiefern. Die Toten, die Opfer, haben selbstverständlich keine Stimme. Was besonders schmerzt, ist das Bewusstsein, dass es nicht einmal ein Gedenken für das einzelne anonyme Opfer gibt. Denn was sie zu sagen hätten, wäre uns stumm ein schrilles Glucksen der Zerstörung. Das ist Sarkasmus. Die Knebel des Schicksals als milde Tat, um uns Überlebende zu schonen. Stumm ist das, was sie sagen, für uns, weil es zu viel für jedes Mitempfinden wäre. Darum würde es für uns nicht anders klingen als das schrille Glucksen der Zerstörung. Es bleibt unklar und unerheblich, ob die Zerstörung selbst so klingen soll oder nur ein solches schrilles Glucksen zurücklässt. Darum hat uns, die wir es hören müßten, das Schicksal die Ohren verstopft. Die Opfer vom Schicksal geknebelt, die Nichtopfern vom Schicksal die Ohren verstopft. So gibt es keine Verständigung. Dies ist Ausdruck des schlechten Gewissens der Überlebenden. Wir starren sie an, sie starren uns an, die Augen, die ihren, die unseren Vermögen noch zu blicken und sich vorzulügen, daß sie die Menschengestalt sehen. Menschlichkeit wird hier noch immer werdend verstanden. Es wird in diesem Bild angenommen, daß die Opfer Menschen erblicken würden, wenn sie auf die Lebenden schauen und nicht bestialischste Ungeheuer. Umgekehrt denken sich die Lebenden die Opfer noch als Menschen, die doch in der Vernichtung zu einer allen Menschseins beraubten Masse wurden. Wehe, wenn einer spricht. Wehe, wenn ein Opfer sprechen würde. Das ist bereits angedeutet, daß wir nicht ertragen würden, wenn die Opfer tatsächlich in einer Weise sprechen würden, die wir verständen. Aber umgekehrt ist auch der Versuch, als Angehörige der menschlichen Spezies für diese zu den Opfern ihres Handelns zu sprechen, zum Scheitern verurteilt. Es fehlt beiderseits an der geeigneten Sprache für das Erinnern, Gedenken, Würdigen und Verzeihen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.